MEMA-Event präsentiert die Veranstaltungshighlights 2011. Ludwig Kirsch mit seinem neuen Programm Gänsehaut nah. Am Freitag, dem 18. März, in der Mehrzweckhalle Trofeiach. Am Dienstag, dem 5. April, im Thermenland Kongresscenter in Leupersdorf. Und am Mittwoch, dem 6. April, im Veranstaltungszentrum Kriegler. Die Seher mit allen großen Hits und ihrer neuen CD Wohlfühlgefühl. Am Freitag, dem 17. Juni, am Rostorfplatz in Kindberg. Nena und Band bei ihrem einzigen Österreich-Auftritt. Am Samstag, dem 11. Juni, in der Arena Nova in Wiener Neustadt. Im Vorprogramm präsentieren sich die Ö3-Stars Band WG. Die Schlagergiganten am See. Am Dienstag, dem 19. und Mittwoch, dem 20. Juli, auf der Seebühne in Mörbisch. Mit dabei Hansi Hinterseer, Helene Fischer, Andi Borg, Bonnie M., DJ Ötzi und viele mehr. Karten für alle Events gibt es bei allen Reiker-Filialen, bei Mediamarkt, Saturn, Libro, Trafiknet und allen Ötikett-Vorverkaufsstellen. Infos auch unter www.mema-event.at 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 www.mema-event.at